Hi Leute, wir befinden uns heute auf der Insel der Ruhe und wir gehen mal kurz die zwei Mokokos ab. Die erste ist direkt, wenn man auf die Insel kommt, hier im Norden, da steht Metomos rum, das ist so ein Boss. Und da ist die Mokoko. Ist ein bisschen schwer die Mokoko zu machen, wenn der Boss da ist. Ich hoffe die Person da nimmt jetzt die Agro, da nimmt die Person die Agro. Und dann könnte man jetzt potenziell, denke ich, gleich daran gehen. Ja, abgesehen von dem Boss, der dann eine Mokoko bewacht, gibt es die zweite hier vorne. Da kann man hier so Ranken hochklettern, wie ihr seht. Und hier oben ist sie genau da. Da ist die zweite Mokoko, einfach hier hochklettern. Und das war es mit beiden Mokokos von der Insel. Mehr hat die Insel nicht. Deshalb hoffe ich euch, hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr Videos haben wollt, dürft ihr gerne ein Abo da lassen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und sag mal bis zum nächsten Mal. Bye, bye.